Jetzt sind noch zwei, drei Älsteren hier hergeflogen. Das ist noch die Nächste. Also ich denke, wir nennen sie Älster. Schwarz und dann noch ein bisschen Streifen. Ich bin der Flamor Schala. Hier sehen wir sie. Wir sind am 4. Oktober 2021. Ich bin hier gerade in Neudorf, Region Bärlmünster. Jetzt hört man sie nur noch. Und hier vorne sind noch zwei, drei kleinere Föger. Da sie sich hin und her verwegen. Das ist gut. 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 Das ist gut.